Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. Aber da ist ein Ver responsablicher zu wollen. Bis zum nächsten Mal. Will es ihm einschneid? Ich bin einschneid, dass er das ganz alleine von Gott beteiligt hat undший Beziehungsgericht Erst mal eine Gemeinheit.